Wie Professor Glatzl an den verschiedenen Donaulokalitäten erläuterte, hat sich unsere Gesellschaft sehr gut an bereits bekannte Hochwasserereignisse und an die zu erwartenden Entwicklungen adaptiert. Die große Frage ist jedoch, wie sich der Klimawandel auf Hochwässer grundlegend auswirkt. Universitätsprofessor Dr. Günther Blöschel von der TU Wien untersuchte mit seiner Arbeitsgruppe in einer internationalen Kooperation genau diese Frage. Wie verändern sich die Hochwässer in Europa durch den Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten? Erste Forschungsergebnisse präsentierte er im Rahmen eines öffentlichen Vortrags am 21. April 2021, der gemeinsam von der EGU, der European Geoscience Union, und dem ÖAB, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, organisiert wurde. Der gesamte 47-minütige Vortrag ist hier abrufbar. Bitte lassen Sie mich einige der zentralen Aussagen zusammenfassen. Professor Blöschel erläutert, dass für Hochwasseränderungen besonders die drei Prozessursachen der Landnutzungsänderung, des Wasserbaus und des Klimawandels zentral sind. Und er stellt diese drei Ursachen in mehreren Grafiken in den Kontext der Einzugsgebietsgröße eines Flusses und erläutert dann diese Ursache mit den jeweiligen Charakteristika. Und besonders interessant sind die Untersuchungen zu raumzeitlichen Veränderungen von Hochwässern, die Kollege Blöschel ab 26 Minuten und 34 Sekunden in seinem Vortrag ausführt. Hierbei erläutert er auch die verschiedenen Umweltbildungen im Wiener Becken, der er in den zentralen Kontext der neuen Disziplin Soziohydrologie setzt. Ab 31 Minuten und 14 Sekunden erläutert er dann die Einflüsse des Klimawandels auf Abflüsse und Hochwässer. Zuerst für Europa aus einer historischen Perspektive ab dem 16. Jahrhundert mit verschiedenen Raumzeitdomänen für Hochwasserereignisse. Anschließend erläutert er die Entwicklungen im Zeitraum 1960 bis 2010 und stellt fest, dass in einigen Regionen in Europa die Trends zu mittleren Hochwässern um bis zu 12 Prozent zugenommen haben, aber in anderen Gebieten auch mit über 12 Prozent abgenommen haben. Die Jährlichkeiten der Hochwässer haben sich geändert, aber auch der Zeitpunkt des Auftretens im Jahresverlauf hat sich in vielen Regionen verschoben. Hochwässer als teilweise mehr im Winter, mehr im Frühjahr oder auch mehr im Sommer. Diese Veränderungen der Hochwässer pro Fläche werden für die Parameter Hochwasser, Niederschlag, Bodenfeuchte und Temperatur exemplarisch für das nördliche Großbritannien, das westliche Russland und Deutschland und Tschechien ab 41 Minuten und 45 Sekunden dargestellt. Besonders anschaulich ist der Beitrag der verschiedenen Prozessursachen des Niederschlags, der Bodenfeuchte und der Schneeschmelze für zweijährliche und hundertjährliche Hochwässer in Europa. Es wird also deutlich, dass es viele Ursachen für Veränderungen von Hochwässern gibt, die kontinuierlich in einer raumzeitlichen Entwicklung sind. Insofern ist es auch eher schwierig, den eindeutigen Einfluss des Klimawandels aufgrund der vielen verschiedenen Einflussfaktoren zu bestimmen.